Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen will. Und dann habe ich halt rumgeguckt und dann findet man ja auch so Berufe, die kannte man vorher noch gar nicht. Zum Beispiel Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik. Ich beschichte die Schalter, die Stolte herstellt. Über die Agentur für Arbeit habe ich erfahren, dass Stolte ausbildet als Informatikkauffrau. Ich habe mit null Vorkenntnissen angefangen. Man nimmt sich Zeit für die Auszubildenden und geht langsam alles durch. Man kann jederzeit Fragen stellen. Dass ich nicht wie am Anfang der Ausbildung nur Sichtkontrolle gemacht habe von Leiterplatten, sondern auch über die Jahre mehr Verantwortung bekommen habe, dann halt auch die Maschine selber zu bedienen, das zeigt mir, dass sie mir auch Vertrauen auf jeden Fall. Dass sie sehen, dass ich das vernünftig mache. Ich hatte halt Schwierigkeiten in der Buchhaltung, das alles so zu verstehen, die ganzen Vorgänge. Und da wurde sich auch daneben gesetzt und immer wieder und immer wieder erklärt, bis es dann geklappt hat. Hier wird auch mal geguckt, ob es irgendwelche vielleicht auch Seminare gibt, wo man dann extern noch hingehen kann. Diese ganze Unterstützung, die man bekommt, das ist nicht selbstverständlich, wenn ich das aus anderen aus der Klasse so mitbekomme. Motivation ist, finde ich, immer sehr hoch, wenn man weiß, dass man gefordert wird und dass man auch was machen darf. Man stellt hier, egal wo man ist, nie eine falsche Frage. Das ist eigentlich als Azubi wunderbar, weil man kann durch die Produktion gehen und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass jemand sagt, Entschuldigung, jetzt ist gerade schlecht, aber komm doch einfach nochmal in einer halben Stunde wieder und dann kriegt man hier auch alle Fragen, die man hat, irgendwie beantwortet. Ich bin kreativ, aber ich bin kein Künstler. Ich bin eher der Umsetzer, der den Ideen, die die anderen zum Teilhaben, einfach noch so einen kleinen Pepp auch mitgibt. Wenn man eine Idee hat, ist es eigentlich nie der verkehrte Zeitpunkt, um auch zu sagen, hey, ich habe da noch eine Idee. Also jetzt gerade in der Tätigkeit, in der Konstruktion, die Kollegen sind da auch sehr offen für neue Ideen. Ich fühle mich auf jeden Fall ernst genommen. Man muss natürlich engagiert sein, dabei sein, beim Thema sein. Wir halten alle wie eine riesengroße Familie zusammen. Ich finde es gut, dass die ganzen Azubis alle gleich behandelt werden. Also das ist nicht so abgestumpft hier. Es macht schon einfach, also dieses Feeling ist einfach, das ist schon schön. Das war ein bisschen Glück, das ist auch schongeblich. Untertitelung des ZDF, 2020